Hallo zusammen, herzlich willkommen zur Adventskalender Tür Nummer 23 des Adventskalenders 2023. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ich die Zungenorgel-Cover aufnehme. Bevor ich das mache, möchte ich alle daran erinnern, dass sie diesen Kanal hier abonnieren. Also bitte drückt auf den Abo-Button, drückt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und jetzt geht's weiter mit dem eigentlichen Video. Fangen wir hier an. Das ist die Couch, wo ich drauf sitze, damit ich die Zungenorgel spielen kann. Und ich sitze dann meistens hier in dem Bereich. Das sieht dann ungefähr so aus. Dann haben wir hier die Zungenorgel. Diese steht hier auf einem kleinen Tisch. Und das passt auch von der Höhe her, damit ich die Zungenorgel spielen kann. Es ist halt diese geringe Höhe nur notwendig. Und es passt wunderbar, denn die Zungenorgel ist klein und kompakt. Und somit passt die Höhe perfekt, damit ich die Zungenorgel spielen kann. Das Ganze wird aufgenommen hier von der Zoom Q8. Das ist meine Kamera, die ich dafür verwende, um die Zungenorgelcover aufzunehmen. Und ja, damit nehme ich auf. Das Ganze wird dann am PC noch bearbeitet und geschnitten und so weiter und so fort. Das war's also mit diesem Video und ich lade euch herzlich ein, morgen um 2 Uhr ungefähr, also 14 Uhr, dabei zu sein bei einem speziellen Weihnachtsstream. Und das wird auch die letzte Tür des Adventskalenders sein. Und es wird zeitgleich der letzte Stream sein, bevor der Pause und auch das letzte eigentliche Video, was ich mache, bevor ich in die kleine Pause gehe. Also bitte, bitte seid morgen um 14 Uhr bei einem kleinen Weihnachtsstream dabei. Vielen Dank fürs Anschauen, vielen Dank fürs Abonnieren und wir sehen uns dann morgen in dem Stream. Ciao, ciao!